Herzlich willkommen zu einer neuen Meditationsreise und heute möchte ich mal auf die großen Arcana des Tarot eingehen. Ich habe eine Karte gezogen und habe mir gedacht, was ist für dich die richtige Meditation heute und habe die Karte gezogen, der Gehengte. So im Rider Waite haben wir die im Fokus. Schauen wir mal, vielleicht kennst du die Karte, ich halte sie nochmal rein. Und dieser Gehengte beschreibt ja einen Menschen, der quasi kopfüberhängt und der aber in diesem Hängen eine Erleuchtung erfährt, also der einen neuen Blickwinkel erfährt und dem etwas klar wird und der dadurch auch ganz viele Sachen loslassen kann. Und in diese Energie wollen wir heute mal eintauchen. Über dieses kopfüber sieht man die Welt anders, kopfüber, auch wenn man das Gefühl hat, alles ist durcheinander, alles ist in Bewegung, genau kopfüber, da kommt dann auch oft eine Lösung her, die man so vielleicht gar nicht gesehen hat. Und da wünsche ich dir jetzt mal viel Freude bei dieser Meditation zum Gehengten, also zum Rider Waite Tarot und was diese Energie mit dir macht. Also viel Spaß. Schließ bitte einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und erlaube dir einfach mal die Bewegung der Zeit zu spüren. Die Bewegung der aktuellen Zeitqualität, in der du dich befindest. Hast du das Gefühl, dass es eine sehr ruhige, entspannte Zeit ist? Oder hast du eher das Gefühl, dass sie sehr bewegt ist, ein Auf und Ab sich bietet, wie auf dem Meer fast? Dass sie turbulent ist. Aber ganz egal, wie du die Zeit jetzt auch wahrnimmst, erlaub dir einfach mal die Zeitqualität wahrzunehmen. Und am besten ist es so, du stellst dir vor, du bist einfach wie in einem leichten Fluss oder Bach und spürst mal die Strömung, die da fließt. Ist die sehr schnell, sehr reißerisch? Ist die eher ruhig? Ist das eher ein stehendes Gewässer? Und dann siehst du mal so die Zeitqualität. Und wenn du spürst, dass diese Zeit jetzt Veränderung von dir möchte oder dass du auch einen Druck hast in der Zeitqualität, dann erlaube dir jetzt mal folgenden Trick und folgende Möglichkeit. Du stellst dir jetzt einfach mal vor, du gehst einen Schritt weiter und mit diesem Schritt drehst du dich kopfüber. Also stell dir mal vor, einen Schritt gehst du weiter und dann stehst du kopfüber. Du hängst quasi in der Luft. Schau mal, wie sich das anfühlt. Und du spürst jetzt quasi, wo du zuerst mit den Füßen die Zeitqualität wahrgenommen hast, die spürst du jetzt bewusst, so mit deinem dritten Auge, mit deinem Kopf. Und du spürst, dass diese Zeit, die sich bewegt, ob sie schnell oder langsam fließt, eine Zeit des Loslassens ist. Eine Zeit, um Altes hinter dir zu lassen. Und mit dieser Perspektive, dieser Kopfüberperspektive, fällt dir dieses Loslassen ganz leicht. Denn in dieser Kopfüberwelt, in dieser Kopfüberperspektive, hat etwas, das in der alten Welt funktioniert hat, gar keine Funktion mehr, brauchst du gar nicht mehr. Und so können jetzt erst einmal alle Gedanken, die dich nach unten ziehen, die dich beschweren, die dich belasten, da stellst du dir mal vor, du bist wirklich in diesem Zeitfluss, in diesem Bach-Rinn-Saal und diese Zeit fließt durch deine Haare, durch deinen Kopf, um deinen Kopf und löst mal angespannte Situationen und Gedanken. Vielleicht übernimmst du zu viel Verantwortung für eine Person in deinem Leben. Dann fließt diese Verantwortung ab. Vielleicht solltest du mehr in deine Kraft, in deine Klarheit kommen und hast dich irgendwo klein halten lassen. Dann geschieht genau das. Das Kleinhalten fließt ab und du kommst in deiner Kraft an. Ganz egal, was um dich herum geschieht, was um dich herum fließt. Du spürst, dass du nun loslassen kannst. Und während sich deine Gedanken reinigen, spürst du auch in deinen Emotionen alte Beziehungsmuster, alte emotionale Emotionen, die sich immer wiederholen, feststeckende Gefühle. Und diese dauernde Wiederholung dieser Gefühle, das ist immer ein Zeichen, wenn du immer gleich fühlst, immer gleich empfindest bei einer Sache, dass das eine Verletzung oder eine Blockade ist. Und auch diese Blockaden dürfen jetzt gehen. Denn du erkennst, dass du frei bist und du erkennst in diesem Kopfübersein. Das, was nicht mehr zu dir gehört, das, was du nicht mehr brauchst. Und so kann sich auch emotional alles, was sich im Kreise dreht, lösen. Und du atmest tief ein und wieder aus und spürst jetzt mal, dass dein Kopf, auch wenn du kopfüber bist, und dein Herz mal leichter werden. Und nun erlaubst du dir auch sämtliche Solarplexus-Themen, das bist du und die anderen, und die anderen im Sozialen, im Alltag, dass auch diese Themen sich lösen können. Also Magen-Verdauungstrakt-Themen. Und auch kopfüber besteht nicht die Notwendigkeit, dich wo einzugliedern. Du bist gerade aus allen Rollen rausgefallen, aus allen Verwicklungen rausgefallen. Und deshalb fallen auch sämtliche sozialen Verbindungen jetzt einfach von dir ab. Die brauchst du nicht mehr. Die haben sich überholt. Und du spürst deine Leichtigkeit, die durch deinen Magen, durch deinen Darm geht. Und du spürst, dass sich deine Identität vom Kopf ausgehend noch einmal besser manifestiert und ausdrückt in deinem Leben. Und dann kommst du zu den Themen, wo du ohnmächtig bist. Und immer wo du ohnmächtig bist, heißt es, du bist eigentlich in deinem inneren Kind verfangen, verwickelt, verstrickt. Und du erlaubst dir jetzt auch diese Ohnmacht zu lösen, zu erlösen. Also alte Kindheitsthemen, Erinnerungen dürfen jetzt von dir abfallen, dürfen jetzt gehen und dürfen sich auch jetzt in dieser Kopfüberenergie transformieren. Kopf, Herz, Solarplexus, Kindheitsthemen lösen sich. Und in dieser Lösungsenergie spürst du jetzt, dass es weiter abfließt, weiter nach hinten fließt, was nicht mehr zu dir gehört. Und du erlaubst dir jetzt deine Essenz, deine bisherigen Wurzeln, das, was dich ausgemacht hat, das, was dich definiert hat bis jetzt, was aber Teil der alten Zeit ist, nun auch zu lösen und zu erlösern. Das, was du gewesen bist, die Person, die du gewesen bist, die Anteile von dir, die dich in der Vergangenheit halten, dürfen sich jetzt lösen. Und ein neues Wurzelschakra, das aber ja jetzt umgedreht eigentlich zu deinem Kronenschakra wird, ein neues Wurzelschakra fließt jetzt in die Gegenwart. Und du spürst jetzt die Transformationsenergien von deinen Füßen, von unten bis rauf zu deinem Kopf, durchfließt dich die Energie des Neuen, des Wandels, die Energie des Gehängten der Gehängten. Und nun erlaube dir, ab sofort eine neue Perspektive auf dein Leben zu erlangen. Und in dieser neuen Perspektive erlaube dir, dein Leben neu zu gestalten, umzugestalten, freier zu gestalten und ganz in deiner Kraft zu sein. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. und spüre, wie du dich gewandelt hast. Und mit deinem nächsten Schritt nach vorne wechselst du wieder die Perspektive und gehst wieder mit den Füßen am Boden, genau am Puls der Zeit und spürst, dass du im Fluss bist, dass alles um dich herum fließt und dass du selber im Fluss bist, dass du dich selber bewegen kannst, dass du selber immer im Hier und Jetzt existierst. Du spürst die Energie der Gegenwart und du erlaubst dir jetzt auch zu spüren, was hinter dir liegt und verabschiede dich nochmal von deinem alten Selbst, dem Selbst, bevor du kopfüber gegangen bist und löse diese alte Identität auf und erlaube dir nun mit deiner vollen Kraft, deiner vollen Präsenz, ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Klar erfrischt und voller neuer Inputs. Atme mal tief ein und wieder aus. Bewege deine Arme und Beine, streck dich mal durch und komm genau in deinem Tempo, in das Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen. Wie ist es dir bei dieser Meditation gegangen? Hast du gemerkt, was sich alles umgestellt hat? Schreib es mir gerne in die Kommentare, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal und wenn du mehr über Tarot, Energetik erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei oder mach doch, wenn du eine Ausbildung mal machen willst, die Ausbildung zur medialen Energetik. In der medialen Energetik startet kommenden Oktober und ich freue mich natürlich, wenn du da dabei bist. Alle Infos auf der Homepage und ich hoffe natürlich, wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Lenz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ereni. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.